Hallo und herzlich Willkommen zurück in Battlefield 4. Wir spielen da weiter, wo wir aufgehört haben. Und wieso hängt der hier so komisch rum? Ähm, jao. Interessant. Naja, hängt der da halt ein bisschen rum? Kann ja machen. Wir stürmen jetzt hier das Gebäude. In den Ecken ist niemand. Alles klar. Na dann, los geht's. Ah. Woa. Was? Woa, 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 woa. Holy shit. oh mein gott direkt zur folgenden anfang eine krasse action hier im battlefield ich komme ich komme ich bin ich bin unterwegs ich bin unterwegs nein was ist los wo 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 nicht in halte definiert was äh alles klar was ist das für eine meldung scheiße bin getroffen ah bin getroffen die untertitel was ist jetzt nur passiert wo Geht nicht, er steckt fest. Versuch's. Ich hol von einem Becker raus. Mein Bein. Oh Mann, oh Mann. Das ist ein Scheißer-Würrscher-Würrscher-Würrscher-Würrscher. Das willst du wieder davon. Schaust das Mann, wir holen dich hier raus. Der Treibler, ein Dreifichweiß. Anhalten. Geben mir Deckung. Raus da, sofort raus da. Wirf mal. Hilfe, bitte, bitte. Ich helfe Ihnen. Nein, nein, nein. Nein, Sie müssen hier verschwinden. Es ist gefährlich. Bitte, bitte. Ja, lass ihn einfach weg, Reinhard. Ich hätte ihn mitgenommen. Hören Sie was? Geh schon, Becker. Ich bleib hier. Holy Scheiße. Oh nein, nein. Bitte nicht. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Wow, alter. Was zum Henker. Wow. Alter, was geht? Was für eine kranke Scheiße läuft hier. Was ist denn wir fahren? Ja, war ja klar. Ja, lass mich mal rein. Ja, los. Nein, da. Ich bin unterwegs. Los geht's. Eins, zwei, drei. Hier, los. Immer Gas geben. Hier raus. Wow, mein Gott. Wir geben mir Vollgas. Los, 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 los. Wow, ich fahre auch wie ein Held. Bisschen wir hier überhaupt lang? Ich schätze schon. Wow, 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 wow. Ziemlich unwahrscheinlich. Was zum Henker. Oh shit. Oh shit. Ein Ton ist jetzt überhaupt nicht gut. Er wartet doch sicher gleich am anderen Ende. Nicht? Ist er nicht hier? Oh. Okay, doch, er ist hier. Yo. Wow, das war knapp. Bin dabei, bin dabei. Alter, wir haben doch voll keine Chance gegen einen Heli. Woa. Was im Henker. Yeah. Woa. Yeah. So eine Scheiße. Nein. Putsch. Da wird die... Wir fahren zur chinesischen Ostküste. Damit wären wir wieder. In der Gegenwart. Aber interessante Vorgeschichte. Vom Heli verfolgt... Scheiß Kriegsrecht für eine Milliarde Menschen. Sie sind wegen Jin Jays Ermordung angepisst. Wer war das, Sir? Er kandidierte für die Präsidentschaft. Er ist progressiv. Er drängte die Regierung zur Transparenz, Fairness und Redefreiheit. Admiral Chang hatte einige davon überzeugt, dass wir Mr. J getötet hätten. Wenn die Operation aufliegt, hat Chang die Ausrede, die er braucht, um diese Wut, diesen Hass, gegen uns zu rechten. Dann gibt's Krieg. Ihr müsst die VIPs unversehrt aus den CU Towers holen. Die Operation wird von Geheimagent Laszlo W. Covey koordiniert. Und damit wir uns verstanden haben, geschossen wird nur im Notfall. Wacker, Staff Sergeant Dunn, hielt sie für den geeigneten Teamleader, falls ihm etwas zustößt. Sein Verlust ist eine Tragödie. Lasst mich die Ehrung seiner letzten Entscheidung nicht bereuen. Tut das Richtige. Halt nicht auf. Kein Platz für Fehler, Jungs. Hoffentlich hält der Wagen durch. Entspann dich, Kleiner. Uns wird nichts passieren. Hast du deins Frau angerufen? Bis jetzt noch nicht, Peg. Ich mein, was soll ich ihr denn sagen? Er ist nicht gerade friedlich gestorben und ich will sie nicht anlügen. Robert Irish! Tut mir leid, Miss. Es ist doch alles voll für einen Arsch, Mann. Die Cops haben Schiss. Wir haben gerade den überfahren. Und wir werden mitten rein und holen die Kohlen aus dem Feuer. Das schaffen wir mit Links. Was, Wrecker? Ich könnte eine Tasse Kaffee vertragen. Hey, das motorisierte Infanterie. Überstanden. Ich glaube, die Arschgesichter starren mich an. Da halte ich unauffällig. Unauffällig. Hörst du das, Rack? Sehe ich etwa aus wie ein Chinese-Pack? Kann jemand das Gebäude sehen? Wenn du mir nicht sagst, wo es lang geht, kommen wir nirgendwo an. Okay, nach links. Wir müssen nach links. Vorsicht! Kommt doch gut aus. Ich sehe das Gebäude. Welche Etage müssen wir? Und von wie vielen VIPs hat Garrison gesprochen? Drei mit Kovic? Kovic und zwei Einheimischen. Was zum Hang-Up. Hey, komm, wo ist Rackenbleiben? Mist, nach links. Das Gebäude ist links. Was? Ach, shit. Wir sitzen fest. Wir müssen raus aus der Karre und dann zur Fußfahrt erheben. Verstanden. Komm schon, Wrecker. Oh, Mann. Der Wagen. Ähm. Was zum Hang-Up? Wie hat er das geschafft? Wie kann man so einparken? Wie geil. Nee. Mal auf. Mal hin, nee. Na los. Bin schon durch. Ich weiß, man könnte da hochklettern. Ich schaue mich hier erstmal noch ein bisschen um. Hallo. Hochklettern und hochsprinten. Alles klar. Man kann also auch schneller klettern. Das ist super. Der Heli bedeutet nichts Gutes. Interessant, ist immer das gleiche Video. Das sich wiederholt, aber die Stimme ist anders. Der Heli bedeutet nichts Gutes. Oh Gott. Oh Gott. Was für ein Fail. Der Heli bedeutet nichts Gutes. Alter Beste ey! Rack, lass uns das leise durchziehen. Beste! Einfach mal abschützen. Ganz langsam müssen wir hier lang. Komm wir laufen einfach hier rüber. Fallen schon nicht auf. Boah, sieht einfach saugeil aus. Bam, bam, bam! Wieso laufen die da außen rum? Alles klar. Verstanden. Der Heli ist gerade genau über uns. Alles klar. Ich behalte mal ein bisschen den Auge. Was sicher ist. Mein Gott. Hier liegen nur Sachen. Flatsqueen. Geilte Marke. Oh ja. Was denn? Könnt ihr keinen Knopf drücken oder was? Wieso habe ich jetzt schon Munition? Mal sehen, was wir haben. Ich habe jetzt schon Munition, aber... Jetzt bekomme ich die Waffe dazu. Ja. Wir vier da... Habt ihr wohl nicht so ganz nachgedacht. Bring uns zum Hotel. Find ich nicht. Die DRP sind ganz oben, genau wie die Aussichtsbar. Das klingt auch gut. Die Aussichtsbar ist immer auf dem Dach. Ja. Du solltest echt dein Frau an. Ja, ich weiß. Es ist nur... Hallo! Mein. die schützt oder alles klar ist ein bisschen waffenkiste gucken wir haben die umb 45 bei die rex sturmgewehr war mal mit es geheister besser anschaulich mal immer die einfach mal zweite waffe gleich mal so ein bisschen rum immer die noch mit ja kommen wird schon schief die waffenkiste ist also extra hier ich mach mal laser besser aus schatten aufs doch mehrfach schluss um zack los geht's wir sind nicht da so und jetzt wird erst mal wieder ein bisschen der ramba zamba gemacht lass mich rein los geht weg du bist weg du bist weg aua achten granate granate ok ganz vorsichtig